hab ich gesagt dass ich die fucht entflößende shotgun repariert habe vernichtet habe benutzt habe um einen normalen shotgun zu reparieren geht mich gerade ein bisschen an ich habe clover geopfert damit ich die shotgun bekomme ich repariere die einfach und ich repariere die einfach und schmeiße sie jetzt kann ich wieder da in den oberen tunnel runter gehen ich glaube das ding diesmal mit einer kronkorken mine an das ist der blauen ja ja ich habe clover geopfert um mir die legendäre shotgun mit der normalen zu reparieren oder oder trägt wollte gerade schlafen gehen mit viel zu wach da ist der jäger und herboy ich glaube mit dem king will ich mich anlegen ich weiß gar nicht ob die u-bahn mich zum sieg führt zum ziel ich weiß glaube ich noch nen an schauen wir weiter u-bahn taktiken ich bleue ich gebe ihr ich weiß ich bin ich bin ich selber ich sage ihn ich sage ihn So was haben wir die Dinger? Sollte anfangen ein bisschen cleverer zu spielen damit ich nicht meine gute Loot wertlos wegrepariere und schmeisse Mitkommen Was soll der Scheiß? Fresse, Fresse Tschöko, Fresse Lass ich dich hier nur noch warten Den König legen wir uns nicht an Ich hoffe dieser Dreckswort führt mich dorthin wo ich hin muss Das ist erscheint viel zu gefährlich fast dass er das nicht tut Dumped 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 ich hätte nicht mit weiter nehmen sollen die ort schaut wie ein totes baller aus ich werde es so richtig schön fertig machen nicht wo gehst du hin diese richtung und ich schau dir nur zu dann schau dir nur zu hmmm Jericho Was spielt er mit mir? Der Jericho Ich habe nicht das Gefühl, dass mich diese Station an mein Ziel bringt. Wäre so aus, als wenn da andere Sachen in Rennen abgehen. Verdammt, ich liebe Gewalt. Ach Gott, damit. Ah. Was soll der Scheiß? Du stehst doch nicht ewig herum. Ich habe das Ding mit der Scheiß-Fone. Das ist ein Fartiger, doch. Oh, da. Oh, das ist ein Blot. Ich will mal in Frieden, kleiner Meiler, ich will mal in Frieden. Okay, Heckenschutzgewehr, sagt, dass ich mein Siegesrifle vernichte. Ich nehme die andere Richtung, schauen zuerst die Richtung, die Sinn machen würde. Egal, egal. Nicht egal. Wie viel? Sehr schön. Oh. Oh. Er will nicht. Dann bleibt er hier überall stecken. Es wird immer schwieriger, an Gottverdammt in Zigaretten zu kommen. Was hast du denn nicht verdient? Ich bin nicht verdient. Ich bin nicht verdient. Das ist ein Ramp. Ja. Kaj. Dann bitte hier rüber. Das war's für heute. Wir haben nicht einmal geschossen, oder? Das war's für heute. 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 Und wenn ich überhaupt rauskomme, wer weiß, das ist Sackgasse, was mein Sperrmaus. Ich glaube, da bin ich irgendwo jetzt zum Level Up. Okay. Nicht nur Kackis. Ich habe das Auto geschossen. Ich werde sie so richtig schön fertig machen. Ah, mach es. Zur Hölle, ja. Wo bin ich? Oh, nee. Oh, nee. Danke. Gefahr. Okay. Ich bin zu spät. Ich werde... Genau. Immer schön weit. Ich werde sie so richtig verletzen. 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 Okay. So viel Drecks los. Aha, was es auch immer hier gibt. Super Mutis anscheinend. Ich will das Level up. Oh. Oh. Ich will sagen es keine Super Mutanten mit der Atombombe in die Hand gibt. Schon mal ein guter Start. Das Gantenhaus. Natürlich. Ach, verdammt. Das ist eine Armee. Das ist eine Armee. Wo sind die Nuka-Kranaten? Hm. Wollen Sie mich verarschen? Ah! Oh. Ich hab's schon lange mit mir rumgelegt. wo zum teufel bin ich hier und was zum teufel war das gerade ok chris ja was denn aber gern lassen sie sehen was sie haben ich probiere die kann ich reparieren und 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 Na Gott sei Dank. ok was brauche ich etwas gutes das wäre auch gut damit ist das sniper noch tödlicher großen schatz sucher ok was gibt es sonst noch irgendwas soll es was mit reparieren geben nochmal medizin 60 wissenschaft 60 werde ich nicht bekommen wir fallen samt noch nicht wo nicht 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 offen free nein und wie fehlt mir da etwas etwas mit reparieren nein nein komisch ah mist so viel wie ich sniper wird das am nützlichsten sein sonst sollte ich keinen schuss mehr verfehlen was ist das hier drüben natürlich das ist doch nicht zu gut ich brauche nur zwei schläge ja ja da wir rennen in die gleiche richtung vielleicht keine gute idee von dir in den mittel was ist das hier hubris comics und mir bekannt vor der name also sie ist in die comics reingeladen in den comics laden reingerannt wenn wir schon reinschauen was hier drinnen los ist wo ich Sachen verkaufen gehe ja gude oder servicetunnels natürlich da keine lust durchzulaufen hm nein mann und so ist anscheinend nicht den richtigen weg zur bibliothek gegangen ja und so kommt ja 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 na ich gehe verkaufen ich glaube ich beende die Folge hier und gehe dann in der nächsten Folge in eine weitere Richtung Dings Bums Bums Dings Bücherei und dann wirklich Headshot für dich Headshot für dich Headshot für dich hat grad nicht viel gemacht hat grad nicht viel gemacht wo ist meine Kampfhinter nicht viel vor sich 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 verdammt bist du denn noch nicht tot nein oh oh der überraschungsbesuch ganz langsam hast du Zeit ganz langsam oh 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 okay auf der Luft und jetzt mini gang habe ich auch noch dabei und dann springmesser löst was was denn aber gern lassen sie sehen was sie haben und wäre da nimm das okay ich geh raus hier da 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 wird verkauft bis so